Sie bekommen Lieferantenrechnungen per Post, per E-Mail, per iDocs oder auch per Fax. Die Herausforderung ist, diese in Ihrem SAP-System frühzeitig mit wenig Aufwand abzulegen, automatisch zu prüfen und elektronisch freizugeben. Digitale und Papierrechnungen gehen ein und werden mit in puncto Server für SAP automatisch bearbeitet. Die Rechnungsdaten werden ausgelesen, mit SAP-Stammdaten verglichen und automatisch die Art der Rechnung festgestellt. Aus SAP startet der zugehörige Workflow und zuständige Mitarbeiter werden benachrichtigt. Jeder Einzelne kann nun über den in puncto Client für SAP Rechnungsdaten prüfen, vervollständigen, kommentieren und die Rechnung freigeben. Außerdem kann nachträglich jederzeit die Art der Rechnung und des Workflows geändert werden. Mithilfe des Rechnungscockpits kann durchgehend der aktuelle Stand der Rechnung mitverfolgt werden bis zur abschließenden Prüfung und der endgültigen Freigabe. Vom Cockpit können Sie auch aktiv eingreifen, zum Beispiel Erinnerungen bei drohendem Skontoverlust senden. Nach der Buchung sind Ihre Originalrechnung und das Workflow-Protokoll am FI-Beleg angehängt. Mehr als 50.000 überzeugte Anwender vertrauen in puncto. Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung und werden Sie ein Teil des gemeinsamen Erfolges. Kontaktieren Sie uns noch heute und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Webinar.